Mitnehmen. Wir wollen etwas für unseren Oberkörper tun. Die Arme ziehen tief. Jetzt schnell. Und von unten zieh. Mit Kraft. Jetzt schnell. Als nächstes wollen wir unseren Bizeps trainieren. Und hoch. Wichtig, Arme nicht ganz durchstrecken. Weich und doch kraftvoll. Der Trizeps ist dran. Wichtig dabei ist, Oberarme bleiben ruhig. Wir arbeiten nur auf dem Unterarm. Arme werden auch nicht ganz durchgestreckt. Wir wollen unsere Bauchmuskulatur trainieren. Zieh. Die Seiten verkürzen. Andere Seite. Als nächstes sind wir die Arme dran. Mit großen Schritten. Es geht. Mit Kraft. Trotzdem weich bleiben. Nach oben. Nach oben. Wir kommen zurück in die Mitte. Spannung aufbauen. Schultern tief. Knie auseinander drücken. Und nur den Oberkörper drehen.